Was ich mit dem Know-how von jetzt anders machen würde, ist nochmals mehr Geduld zu haben. Also, dass ich weiß, dass ich Geduld haben kann und nicht von Anfang an mich dann zu nerven, wenn ich mal nicht spiele, sondern noch mehr darauf einzugehen, was kann ich lernen von den anderen Spielern. Ich denke, das hat mir in dem Moment ein bisschen gefehlt und ich denke, das ist auch etwas, was extrem wichtig ist. Dass man da weiß und das Vertrauen in sich selber hat, dass die Zeit kommen wird und man da nicht die Nerven verlieren soll, wenn es dann mal eine Woche, einen Monat nicht klappt, sondern einfach das Vertrauen zu haben in meine Fähigkeiten und dann wird es schon so kommen, wie es muss.